Es ist wieder Freitag und das heißt für uns, wir präsentieren euch wieder die Sporttipps vom Sportbund Rheinland. Wir starten heute Abend mit Eishockey in der Regionalliga. Unser EHC Neuwied empfängt die Gäste aus Dienstlaken. Los geht es heute Abend um 20 Uhr im Eishaus in Neuwied. Und am Samstag wartet das erste Derby auf euch, nämlich Kegeln in der ersten Bundesliga. Riol trifft auf Münster-Malfeld und los geht es um 16 Uhr in der Brunnenschenke in Riol. Am Sonntag wartet dann das zweite Derby auf euch, dieses Mal die Handball-Oberliga der Frauen. Die HSG Wittlich empfängt die HSG Hunsrück. Los geht es dort ebenfalls um 16 Uhr in der berufsbildenden Schule in Wittlich. Und zum Schluss noch unser Aktiv-Tipp. Anlässlich der Einweihung der neuen Snooker-Räume veranstaltet der erste SC Main-Koblenz heute Abend ab 17 Uhr ihren Tag der offenen Tür. Das Ganze findet im Tennis- und Snooker-Zentrum in Fallender statt. Also schaut dort mal vorbei. Das waren sie wieder, unsere Sporttipps vom Sportbund Rheinland. Bis nächste Woche.